Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu World of Warcraft. Guten Tag. Guten Tag. Habe ich nicht Ja gesagt, das ist mir jetzt ein bisschen leid im Nachhinein. Letzte Folge hast du mich noch so drüber gefreut. Ja, jetzt gerade, in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, habe ich mich erschreckt. Vor dir selber. Erschreckt oder erschrocken, Herr Deutschlehrer? Sowohl als auch. Ach so, es geht beides, ja? Soweit ich weiß. Okay. Das ist eine Sache, die ich mich öfter mal frage. Ja, ich... Habe ich mich erschrocken oder habe ich mich erschreckt? Ich verstehe es auch nicht. Da gibt es bestimmt eine Regel, aber die interessiert wahrscheinlich mal wieder keinen. Ach so. Das könnte sehr gut sein. Das müssen wir hier tun. Ne, Ruber töten. Ja, und hier die Säcke befreien. Die Säcke. Und A, Scheuter. Aber du kriegst dafür einen Buff oder was? Ja, weil ich die befreit habe. Es tut mir ein bisschen leid. Puh. Ich brauche keinen Buff. Doch, hol dir den mal ab. Jetzt da hinten, zack, jetzt so. Jetzt so. Hast du einen Buff bekommen? Ja. Finde ich unfair. Gegen der Könige. Der Könige? Der Könige. Ah, ne, 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 ne. Dem, da helfen wir nicht. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Ich hätte gerne mehr spontan Zauber. Da kommt immer so ein Kreuzfahrer aus dem Ding. Früher kamen da auch mal Spinnen raus. Und so alles gepatcht. Alles einfacher, ne? Alles. Alles einfacher. Stimmt ist die Lich King-Instanz da mit dem Weglaufen auch voll simpel mittlerweile. Ja, ist wahrscheinlich kein Elite mehr drin. Ja, genau. Statt Mobs nur so ein paar Schafe oder so. Nee. Schön, dass wir beide, wir wollten mal kurz zeigen, wie so ein Schaf macht. Ja, das weiß man ja heutzutage nicht. Die ganzen Stadtkinder, die wissen nicht, wie so ein Schaf macht. Stadtaffen. Haben wir schon alles? Oh ja. Oh, da habe ich gerade dem Death Knight hier sein Opfer geklaut. Oh nein. Ach, die heilt mich. Das brauche ich ja dringend. Dringendst. Giftsäcke und Neruba. Genau. Haben wir uns wieder ergänzt. Ist das nicht schön? Hab ich gesagt, wir brauchen noch und du sagst, was wir brauchen jetzt. Ich will den Arsch heute. Kennst du diese Dings da? Nee, kenn ich nicht. Schade. We finish each other's Toastbrot. Nee, Sandwiches, hättest du sagen müssen. Ach so. Weil es immerhin halb so klingt wie Sentences, was? War ich jetzt aber nah dran mit Toastbrot. Ja, doch. Dafür, dass ich keine Ahnung hatte, was du von mir willst. Ja, das ist leider häufiger so. Das ist ja keine Ahnung, wann ich eigentlich will. Oder jeder. Also, Charlie Biss. Das machst du mal im Skype. Meinem. Ah, ich habe den weggelootet. Weggebashed. Wow, ein Schild. Den wir total dringend brauchen. Wird beim Anlegen ja da für meinen Parler. Ach so. Nehme ich den mal ganz dreist. Da hat der Gregalos was auf Gemeinsprache gesagt. Und ich wusste nicht, ich weiß nicht was. Dann hau ihm ins Gesicht. Weil ich den Mob dem geklaut habe. Falscher Satzbau. Dreckiger Mistpenner. Genau. Schon wieder. Ich komme mal zu dir. Und schon wieder. Der ist mit seinem Dings einfach zu langsam. Tut mir leid, Gregalos. Du wirst es wahrscheinlich gerade gucken. Hier guckt ja eh jeder, ne? Ja. Wie viel brauchst du denn noch? Ich brauche noch drei Giftsäcke. Zwei Giftsäcke. Oh, da habe ich den wieder gerade geklaut. Wir machen uns Freunde hier. Oh, da habe ich den gerade wieder geklaut. Das ist wirklich nicht meine Absicht. Ich habe das Ding gezaubert. Und danach macht er seinen Larmzauber drauf. Ein Giftsack. Ich höre gerade aus meinem Badezimmer PewDiePie und seine Freundin schallen. Das ist, äh... Ach, die sind da? Ja, ja, die... Die sind gerade bei dir im Badezimmer. Ja, der Panty ist berühmt. Nee, ich brauche noch einen Giftsack. Ach so. Kann ich ja dich nehmen. Mach dich nicht drauf. Ich bin berühmt. Ach so. Walter Giftsack. Nee. So, das war's. Sehr schön. Hab ich. Hatta. 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 Was haben wir denn hier? Das ist schön, nehme ich. Das ist gekauft. Das Medaillon. Ja, dachte ich mir. Dachte ich mir. Gegen das Horn des Argentum-Furors. Ja, ja. Ja, ja. Erzähl du mal. Heißt es Agentum oder heißt es Argentum? Agentum, oder? Würde ich jetzt sagen. Ich frag dich ja deswegen, weil ich keine Ahnung hab. Ja, du hast keine Ahnung, oder was? Wir müssen mit Penumbrius sprechen. Ja. Nihilumbrius. Das hast du gespielt, ne? Das hast du gespielt, ne? Nihilumbrabrum. Brabrum, ja, hab ich. Hab ich nicht geguckt. Dachte ich mir. Ist das sowas wie Limbo? Ja, so eine Mischung aus Limbo und Portal. Achso. Wir müssen hier übrigens so ein Viech reiten, ne? Achso. Wir müssen gucken, dass wir beieinander... Ich bin extra zum Zweiten gegangen. Ja, ich wollte auch extra zum Zweiten gehen. Das ist so höflich. Wir müssen gucken, dass wir ein bisschen beieinander bleiben, weil normalerweise muss man ja hier dreimal fliegen. Jetzt müssen wir nur zweimal fliegen. Yeah. Ich segle. Der segelt auch voll. Ja, total. Der schlägt noch schneller mit seinen Flügel. Ach, dann müssen wir hier die Gefangenen holen. 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 Ist auch total logisch, dass der Drache nicht mal wenigstens zwei mitnehmen kann. Ja. Nee, nee, das geht auf gar keinen Fall. So. Ich probier's mal. Vielleicht haben sie es gepatcht. Ich glaube nicht dran, aber... Ich hab einen. Ihr tragt bereits einen Gefangenen, blablabla, Fadl. Blablabla. Na, hol doch, ey. Das sind halt sehr übergewichtige Menschen. Wenn ich mit den Drachen hier meine geradeaus zu fliegen, fliegen die immer hoch. Ist das bei dir auch so? Nee. Ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, ich fliege immer leicht versetzt hoch. Naja. Wo müssen die ab? Hier, bei den Zelten, ne? Genau. Bei dem Heiler. Heilor. Hat der jetzt nicht für... Wir müssen jetzt ernsthaft... Hä? Ich hab da auch einen abgeliefert. Aber der hat für dich gezählt? Nee. Deiner hat für mich gezählt. Ach, meiner hat gezählt? Ja. Das kam da als... Oder? Das war halt... Wir haben es genau gleichzeitig gemacht. Nee. Das ist ja echt dreimal fliegen. Das ist ja ätzend. Ätzende Kuhkacke. Ja. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht, die ätzende Kuhkacke? Das ist ja ätzende Kuhkacke. Kühe haben auch immer so ein Schild hinten drauf. Achtung! Kack aus. Nein, so mit diesem toten Fisch in dem toten Baum. Ja. Was manchmal so LKW drauf haben. Und Kühe. Und Kühe, ja. Aber Kühe hat man selten vor sich auf der Autobahn. Die sind ja sehr schnell. Manchmal hat man das Gefühl. Ach, die sind sehr schnell, hast du gerade gesagt. Ja. Deshalb sind die meistens... 250 kmh, rennen die über die linke Spur. So, der hat jetzt für mich gezählt Fantastisch So, den letzten habe ich schon im Sack Wie, bist du schon wieder hin und zurück? Ja Was bist du denn für ein Skitor? Ja, ich habe Wallhack an Alter Wuff, wuff, wuff Ist ja unerhört Was haben die Hunde? Hunger vielleicht Achso Gib ihnen doch Katzenfutter Ne Nachher klettern die auf Bäume Aha Da kommen Frostbootzerstörer angeflogen Aha Aha, interessant Erzähl mir mehr davon Ich gebe schon mal ab, ne? Ja, ja Ich nehme schon mal an, ne? Ja, ja Okay Ach, jetzt kommt die geile Quest, wo wir hier defensivieren müssen Geil So mit Wegbomben und so'n Scheiß Geil Ach, der ist da oben Ich muss nämlich gleich mit dem Belagerungsmeister sprechen Und dann kann sich jeder an eine Kanone setzen Ist das was? Ist das was? Das ist geil Das ist geil Deshalb kamen wahrscheinlich die Frostbootzerstörer Genau, genau Genau Du hast es erfasst Yeah So, du gehst an die kaputte Kanone Ne, die ist gar nicht kaputt Du gehst an die da Gerecht Natürlich So, und Feuer Feuer frei Ne, und wenn das andere aufgeladen ist, einfach los Einfach drauf Ja, ja, immer drüff Einfach drauf Der hätte halt fast meine Kanone zerstört Oh nein Oh mein Gott, hinter dir Ja, ich versuche es schon zu Oh mein Gott, über mir Wolfenstein 2 Also The New Order 2 Schieß doch Ich glaube, ich bin raus Schön Wieso raus? Ach, da bin ich wieder Weil es in WoW nichts tut Ach so Die Verbindung zum Server wurde unterbrochen Ernsthaft? Ja Das gibt's doch nicht Ja, gut Jetzt hab ich mal keine Internetprobleme Aber ich würd sagen, du lässt die Folge einfach weiterlaufen, oder? Ja, nee, ich schneide Ich bin gleich wieder da Also beim Pantibuta bleib ich da Bei mir bin ich gleich wieder da Ja, dann erzähl jetzt mal was sehr Spannendes aus deiner Jugend Jetzt bin ich wieder da Hallöchen Hallöchen Da betreten wir doch gemeinsam die Welt Ja, super Wahrscheinlich muss ich die Quest jetzt noch selber zu Ende machen Nee, glaub ich nicht Oh, Dungeon freigeschaltet Welcher? Prüfung des Champions Ausmerzen von Stratholm Yeah Ich würde sagen, da machen wir jetzt noch Dungeons Nur noch Nee, aber wir machen erstmal die 5, die wir jetzt noch haben 5 Dungeons, die wir noch haben Achso Ja Mit Okulus Und wir machen noch die 4 Dungeons, die wir haben Und dann hoffen wir, dass wir damit mal so auf der Wind 79 Vielleicht halb 80 kommen Wieso bist du denn schon level up? Ich hab grad nur die eine Quest abgegeben Ich bin 91%, na gut, du bist ja 10% vor mir Ja Genau Genau, ich hab genau 1% jetzt Ja Hast du die Quest abgegeben? Jaja Okay Yes, yes, ja Sehr schön Dann melden wir uns mal, ne? Oder soll Ne, anmelden noch nicht, mein ich Ne, 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 ne Ne, 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 ne Ne, das ist ja Was? Wie applaudiert uns jemand? Achso, ach, das ist aber nett Das ist freundlich Ja, doch, doch Achso, ich bin schon so weit geflogen Ich war wieder völlig, äh Konfus Ja, Konfuzius Ach, nee Was denn? Ach, nee Hier sind jetzt 3 Quests Die sind ganz witzig Und 2, die sind totale Kacke Ich würde sagen, wir fangen mit der Kacke an Okay Der Kuhkacke Wo ist hier noch ein Quest? Achta Noch 2 Eieiei Ja, 2 sind halt unten in den Kristallwäldern Wobei, da müssen wir so viel sammeln Ach, unter Dalaran? Unter Dalaran? Nee Wir sehen da hinten schon die Ich weiß nicht Sag mal Was denn? Was denn? Dann kommen wir Ich weiß nicht Doch, unter Dalaran Unter Dalaran ist scheiße Das ist doch nicht unter Dalaran Doch, da hier schwebt doch Dalaran, du Nase Ja, und links da drunter Ja, aber in diesem Gebiet unter Dalaran Nee, da will ich nicht hin Okay Dann gehen wir in das Aber wir müssen wahrscheinlich eh alles machen Um den Turm da zu errichten, ne? Echt? Ja War geil Ja War geil Ja, vielleicht machen wir das ja gar nicht Vielleicht, äh Haben wir jetzt hier noch Spaß mit Flaggen Und werden dann vielleicht eventuell Spaß mit Flaggen? Was? Guckst du wenig Big Bang Theory? Ja, richtig Guckst du das nicht gerne? Nö Was? Was? Warte mal, was denn? Achso Aus dem Nebenzimmer Fragt meine Freundin Wer guckt nicht gerne Big Bang Theory? Mit wie vielen Leuten telefoniere ich denn gerade? Sag mal Ja Jetzt magst du mich nicht mehr wahrscheinlich Also mochte mich schon vorher schon nicht Nee, der hat gebraucht Alter, wer ist das denn? Ich dachte, Angie ist der weg Als ich gefahren bin, ey Mann Was für Assis gibst du? So alten Assis gibst du nicht ab Nein Hört man gerade neben an den Hund knurren? Ich höre nichts, ne? Warum knurren? Kann der kein knurren? Ja Warum? Weil, äh Mit dir gekämpft wird gerade Okay Das ist nämlich ein Kampf-Mohawa Ja, deshalb hatte ich auch so Angst vor dem Ja Zurecht Ich glaube, bei mir hört man das in Okay Machst du mal die Tür zu, bitte? Nee, keine Hundekämpfe Die sind illegal So, äh Was müssen wir denn jetzt noch? Sag mal Ich brauche noch, äh Acht Geißelsteine Meine Fresse Ähm Hohepriester Geißelsteine Und das war's, ne? Und ruhelose Seelen Kriegen wir die Ach, blöd 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 Ich kriege mal auch hier Zurück Äh Nee Da hätte man dran denken müssen Ja Hätte Hätte Hätte, hätte Ich habe gerade übrigens eine Idee Ihr habt das jetzt wahrscheinlich längst gesehen Was denn? Aber ich hatte jetzt gerade die Idee Äh, wenn ich Ich war ja weg mit dem Video Ja Ich glaube, ich habe einfach ein Katzen-Video Über unserem, über meinem Sound weiterlaufen Du bist auch scheiße Man hört dich ja nicht Das ist ja schade Eben Das ist, äh Aber egal, mache ich trotzdem Ist dir egal, ne? Ja Nee, kannst du ja machen Nee, das macht ja keinen Sinn Die Katze ersetzt mich auch sehr gut Ich mag Katzen Ich auch Ja, du magst ja alles Ich mag alles, was, äh Beine hat Aber nicht, was zu viele Beine hat Ach ja, stimmt Du bist ja allein Bis vier ist okay Spinnophob So, ich brauche noch sieben Geißelsteine Und drei hohe Priester Priester Ich würde sagen, dann bewegen wir uns auch mal Zu den hohen Priestoren Ja Ne? Dann machen die vielleicht in der nächsten Folge Das ist eine Idee Das, das ist ein Plan Nächste Folge wollen wir in Instanz machen Also sehen wir die hohen Priester nie im Leben Doch, da links Da links sieht man mal einen Jetzt haben wir den auch mal gesehen So, jetzt können wir die Folge auch beenden Oh, ach da Ich fliege mal ein bisschen näher ran Hallo hohe Priesterin Oh Direkt schießt er dir auf die Schnauze Gedankenbrand So, du kannst schon mal Abmoderation Ich mache hier so lang Ja, okay Wir danken euch fürs Zusehen Wir hoffen ja Auf die Freude, Freunde Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Wo wir mal wieder instanzeln werden Yay Yay Und dann sage ich Bis übermorgen Macht's gut Tschüss Jan Tschüss 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 Vielen Dank.